Agorasana ist die Stellung von Agora. Agora ist unter anderem der Name von Shiva. Agora heißt wörtlich nicht schrecklich, Agora heißt auch dem Shiva heilig. Agora ist in Indien auch die Bezeichnung für eine bestimmte Richtung von Tantra, wo alle möglichen ausgefallenen spirituellen Praktiken gemacht werden. Es gibt zwei Variationen von Agorasana. Die einfachere macht Felix jetzt vor. Du hockst dich hin, du gibst die Fußsohlen flach auf den Boden, die Knie zusammen, du gibst die Hände auf die Knie und gibst dann das Kinn Richtung Hände, wenn möglich setzt du sogar das Kinn auf die Hände. Hier, dann schaust du hoch zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Diese Stellung Agora steht jetzt dafür, dass du nach vorne geschützt bist. Gegenüber allem, was irgendwo Schwieriges auf dich einprasselt, ist es manchmal gut, nach innen zu gehen. So wie es ja auch Garbasana gibt, die Embryo-Stellung, wo du nach innen gehst, kannst du auch im Sitzen so nach innen gehen und dich so schützen vor allem, was es sonst in der Welt gibt. Agorasana hilft dir auch, den Geist zur Ruhe zu bringen und dich so für Shiva zu öffnen. Eine zweite Variation besteht daraus, dass du die Fußsohlen zusammengibst und dann die Fersen nach oben, ich kann es jetzt selbst nicht vormachen, und dann die Knie nach unten gibst und die Zehen ganz zu dir hingibst. Damit sind praktisch die Füße vor dem Bauch und schützen dich, deine Weichteile gegenüber allem, was vielleicht an Schrecklichem passieren könnte. Agorasana, also die Stellung, um mit den Schwierigkeiten der Welt umzugehen, indem du dich nach innen richtest und auf Gott besinnst. Und dann, wenn du dich nach innen richtest und dich nach innen richtest,